Wenn du einen Trauerfall in deinem Leben hast, dann kann es sein, dass es mal so traurig sich anfühlt, dein Leben, dass du unbedingt das Gefühl hast, du müsstest mal wieder etwas Leichtigkeit hineinbringen. Du bräuchtest ein bisschen Ablenkung und dieser Wunsch ist völlig legitim. Manche, die sich von ihrer Trauer ablenken möchten, die gehen wieder zur Arbeit. Andere verabreden sich mit Freundinnen oder Freunden, um mal wieder etwas zu unternehmen. Andere laden sich jemanden zum Kaffee nach Hause ein. Das ist alles eine gute Möglichkeit, mal wieder über etwas anderes zu sprechen, ein bisschen andere Themen in dein Leben zu holen und nicht immer nur dieser Traurigkeit so riesengroßen Raum zu geben. Denn wenn du 24-7 nur mit dir alleine bist und deine Taschentücher voll heulst und ins Kissen haust und einfach nur traurig bist und nur ein Gefühl hast, dein ganzes Leben ist dunkel und da gibt es nichts Positives mehr, dann ist es wichtig, auch mal diese andere Seite wieder zum Klingen zu bringen. Vorsicht ist dann geboten, wenn du den Eindruck hast, dass die Ablenkung keine Ablenkung mehr ist, sondern dass du damit die Trauer mehr verdrängen möchtest, also dass du der Trauer komplett aus dem Weg gehen willst. Und das nämlich ist nicht gut, denn die Trauer ist wichtig für dein Leben. Die Trauer ist dafür da, damit du diese Gefühle, die Emotionen, die beim Abschied hochgekommen sind, damit du die verarbeiten kannst. Deswegen beides ist gut. Ein bisschen Ablenkung ja, auf die Weise, die dir gut tut, aber auch deiner Trauer Raum geben, weinen oder sie ausleben, ausagieren, damit beides in deinem Leben Platz hat. Kennst du das vielleicht auch? Hast du schon mal einen Trauerfall gehabt, wo du das Gefühl hattest, du wolltest dich gerne ablenken? Oder kennst du jemanden, bei dem du den Eindruck hattest, der oder die hat die Trauer eigentlich mehr verdrängt? Dann fände ich es schön, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Also schreib gerne in die Kommentare und lass uns darüber sprechen, denn Trauer Raum zu geben, das ist unsere Aufgabe und dafür bin ich da.